Die fliegende Guillotine. Ich will die beiden Verräter sehen. Jawohl. Euer Majestät, demütiger Diener Jenny Poo liegt zu deinen Füßen. Eine grauenhafte Mordwaffe, die der Manchu-Tyrann Jungchen benutzt, um seine Feinde zu töten. Die fliegende Guillotine. Ein Film des Grauens, voller Dramatik und unerhörter Spannung. Mit Chen Quan Tai. Franky Wei. Ku Feng. Ai Ti. Liu Wuqi. Wang Yu. Lin Wei Tu. Und Xiangyang als Kaiser. Die besten Eastern-Action-Darsteller in einem Film vereint. Die fliegende Guillotine. Ah! Ah! Kaiserliche Mordbefehle. Weg! Hilf mich hin! Die Mordhaube! Ken Fu! Wir haben dich ermordet! Wer war das? Ich will wissen, wer das getan hat. Man kann doch nicht seine Freunde umbringen. Und einer von euch ist es gewesen. Das hat der Kaiser nicht gewollt. Das kann er nicht gewollt haben. Das hat sich einer von euch ausgedacht. Nein, Xiao war ein Verräter. Der Kaiser hat seinen Tod befohlen. Was will er damit erreichen? Will er seine Freunde umbringen? Ich verstehe das nicht. Wir haben geschworen, ihm zu gehorchen und alle Verräter hinzurichten. Chen Fu war kein Verräter. Er war einer von uns. Morgen bist du dran. Die fliegende Guillotine. Er war ein Verräter. Die fliegende Guillotine. Ein Schocker aus dem fernen Osten. Eine super Produktion der Shaw Brothers von einem der großen Eastern Regisseure, Ho Ming-Wang. Die fliegende Guillotine. Ein atemraubender Film, den man gesehen haben muss. und der mit dem Tartie